So, Betu und ich präsentieren euch einen neuen Gruppenverlies, Festung der Exarschen, oder Exarschen, genau, wieder ein Karkstein, immer noch ein Karkstein, macht wieder ein hartes Stück Arbeit, und es ruckelt, Wahnsinn, oh da ist ein Troll dabei, kann aber nichts, das tut, Bogenschütze macht mir viel mehr Sorgen, geht, da hinten ist noch ein Magier, der uns ärgern will, Abhinagte Knochen, da ist noch ein Rucksack, der ist aber leer bei mir, Wie sieht es denn aus, die Scherbe ist eigentlich voraus, quasi, Na dann gehen wir mal in die Festung, Und unten ist er, der Milchstabe, aber diese Milchstabe, Die Tiefe, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, wenn wir da hinspringen, Na, Ne, das Wasser, Ja, aber es macht nicht unbedingt einen tiefen Eindruck, Sooo, Sooo, Hier geht's schon raus, Hier ist ein Boss, Da unten, ne, Maga nur, Könnte ein Stunzboss sein, schon, Ich bleib mal auf Hybrid, Mal gucken, Ah, dann rein da los, Habt ihr euch verirrte kleine Ziege? Will sie schreien, wenn meine Flammen über ihr feindlichen? Uiuiui, Die Stahl und Steine schützen mich! Die Steine nicht zulassen! Das ist gut aus! Da unten Das war's aber noch nicht! Der zu einfach! Hier gibt's Ostereier! wir sind beim Osterhausen gelandet, Osterhausen Werkstatt ist das ja, die Geheime. Hast du das Tagebuch gelesen? Ja. Ja, da müssen wir erst mal wieder raus. Dann braucht das bloß ein Lakaie von irgendjemandem. Das kannst du übrigens blocken. Ich dachte, ich schaffe ihn, bevor er losrennt. Sieht natürlich einladend aus hier, ne? Gibt's da noch was? Ja, außer der Ausgang, ne? Pff! Hier hinten links sind's, oder was? Troll. Das sieht aus wie ein Boss da vorne. Oh, hier sind links, rechts. Am Eingang sind das... Ne, sind keine Wächter. Ich werd grad sagen. Da oben steht hier... Eisen Urk Feuerschamane. Ja, ne, das sind Standard. Ach, das könnte sein, ja. Gott, Duschka. Wir haben auf jeden Fall erst mal rechts und links die zwei Typis, die Feuerschamane killen. Das ist ganz wichtig, denke ich. Scheiße, warte mal kurz, ich geh auf Heiler, ich geh auf Heiler. Das ist vielleicht gescheiter. Okay, geht los. Oh, scheiße. Das schmeißt mit Stein, das ist doch so viel. Ich stinke etwas. Wie sieht's denn aus bei dir? Der erste ist weg. Na dann. Das ist weg. Das war's für heute. Weiter weg. Ich werde mal gucken, wenn wir zusammenstehen, was passiert. Erstmal stecke ich dich ein und zweitens... Aber... Das war's immer noch nicht, ne? Ne. Hier ist ja noch eine Tür. Hier gibt's noch ein Versteck. Warte, ich wechsel wieder. Das war's für heute. Thronen sind alle leer. Thronsaal. Das war's für heute. Wo bist du denn? Oben, oder was? Ja, komm mal die Holztreppe hoch. Genau. Und da ist der Thronsaal. Na dann. Oh, oh. Ach. Der sieht dick aus. Warte, ich geh auf Heiler. Oh, der ist sehr dick. Du warst also ready. Na, kill erst mal die ganzen Ads. Der kommt gar nicht. Der spinnt. Dafür kommen die an. Jetzt kommt er. Donner, Khan. Dann noch ein guter das. Wofür stumble. Dann werd du schon boatig. Dann geh weg. Dann gehen die Unterricht. Dann geh weg. Ja, ja, das ist doch los. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jetzt kannst du die Blocken. Jetzt kannst du die Blocken. Jetzt kannst du die Blocken. Wo ist sie? Ja gleich. Gürtel des Feuers. Warte. Rüstung. Mittlere Rüstung. Oder war es sie eine leichte? Da ist er. Im G-Chat. Ja. Für Stamina Klassen. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Ah, hier hinten ist noch ein Raum. Was? Hier hinten ist noch ein Raum. Oder noch nicht. Hier? Ja, wir müssen hier runter und da muss es da irgendwo ein Jahr geben. Aber wo ist der? Na hier. Hier unten. Ach ne, hier sind wir gekommen oder was? Ja, von da sind wir gekommen. Warte mal, geh noch mal hoch. Da muss jetzt von oben noch was geben. Irgendwo muss was da sind. Guck mal, haben wir übersehen. Hier. Hier. Ach ja, siehst du. Ja, da sieht man halt so beschissen die Enginge. Hier ist noch mal einer. Jetzt sind wir wieder oberhalb der Scherbe auf dem anderen Weg. Weg. Und da kommt noch ein Raum. Und da ist noch ein Boss. Mhm. Da wird der Baum. Oh, das. Wollen wir mal ganz kurz, wie sieht es denn aus wie? Kommt doch gleich wieder Ätz, oder? Mit Sicherheit. Nein, ich bleibe viel. Guck halt, das wird... Oh, ey, du hast schon Akku. Hat er mich schon entdeckt. Ich wollte noch in Stats ziehen, um mehr Punkte zu machen beim ersten Anniere. Geht bis jetzt auch. Was macht er jetzt? Ich mach das. Ja, das ist nicht schlecht. Dann... Das hat er noch mal für den Boost gegeben. Aber jetzt haben wir es. Jetzt ist er weg. Okay. Aber dafür, dass das unser Final Fight war. Ich denke mal, wir sind dadurch, dass wir runtergesprungen sind, haben wir ja das abgekürzt. Ja. Da der Sport ist ja hier... Wollerweise hätten wir wahrscheinlich den anderen noch als Endboss. Ja. Wenn der regulär den regulären Weg ist. Ja. Oh, hier ist noch ein Rezept. Blau ist. Oh, warte mal, ich brauche mal die... Ich muss noch was verkaufen. Schon mal die alte. Gut, das ist gut. Wo ist er? Ja, steht schon da. Danke. Wo willst du denn hin? Wir rennen ein bisschen durch die Gegend. So, verkaufen. Ja, also, die werden wir auch holen. Also, die hat es schon mal bezahlt gemacht, ne? In jedem Fall. Die kaufe ich mir auch. Ich habe mir ja die Papier gekauft. Ich sage mal, wenn du... Ich sage mal, der andere ist... Der Bankier macht sich auf jeden Fall bemerkbar, wenn du viel mit Handwerk rummerkst, ne? Quasi, wenn du jetzt irgendwelche Sachen zerlegst und die Mazzle auf die Bank legen willst und so... Da macht sich das natürlich bemerkbar. Also, die Bankier werde ich mir auch noch holen. Das hat sich aber auf jeden Fall schon mal gelohnt, weil hier kommt das zum Beispiel. Ich habe es jetzt gekriegt. Also, vor uns. Das hat sich schon mal gelohnt. So, was ist da? Und gleich wieder... So, woher lang? Hier geht es auch noch lang. So, jetzt... Ja. Da kommen wir wieder zum Ausgang. Naja, wir haben es doch geschafft. Dann müssen wir doch hin. Da ist Korkstein. Okay Leute, wir verabschieden uns an der Stelle. Und ich habe es euch natürlich Spaß gemacht. Und... Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss! 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 Tau! Vielen Dank.